Hm, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Captain Toe Treasure Tracker. Gruselhaus der vielen Türen? Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ready for an adventure! Okay. Okay. Nein, lass mich in Ruhe! Ich will nicht. Ah! Bitte lass mich in Ruhe! Nein! 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 Warum hat er mich entdeckt? Warum entdeckt er mich jetzt nicht mehr? Ja! Gut, schnell durch! Oh nein, wir sind im Geisterhaus. Hat perfekt geklappt. Ähm. Ähm. Und jetzt? Hilfe! Ach so. Das hatte ich nicht gesehen. Entschuldigung. Wie konnte ich nur vergessen, dass es hier auch Tippsteine geben könnte? Tö. Danke, Spiel! Okay, wo kommen wir hier raus? Wenn wir hier reingehen, kommen wir da oben raus. Wenn wir jetzt den Stein da nach hinten setzen, dann fallen wir runter. Und ich will da drauf fallen. Also müsste die Tür jetzt eigentlich nach da führen. Sehr gut. Und wenn wir jetzt hier durch diese Tür gehen, kommen wir oben raus und wir können zur linken Seite nach unten fallen. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich wollte eigentlich nur... Es tut mir leid, ich wollte euch nicht töten. Okay. Eigentlich schon, aber egal. Ich wollte eigentlich nur auf dieses Bild zeigen. Ähm. Ich sollte aufhören, Sachen anzutippen. Egal. Auf jeden Fall, wenn ihr es gesehen habt, da war das Bild von dem Raben drauf. Ich verstehe, was wir hier machen müssen. Jetzt müssen wir noch warten, dass die Goombas hierher kommen. Kommt her. Kommt her. Nein! Zu früh! Nein! Nein! Bitte, lass mich hier durch! Hilfe! Oh Gott. Okay, das ist das Bonusleben. Wir müssen das nochmal nach hinten verschieben. Aber nochmal nach oben bitte. Und jetzt einfach nicht hier runterfallen. Entdeckt ihr uns noch, oder? Wams, 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 wams. Hat geklappt. Genauso, wie ich es machen wollte. Aber lustig, dass man das Bild abreißen konnte. Cool. Was war hier gerade? Ich habe hier doch wieder was gehört, gerade eben. Kann man diese Blumen hören? Also ich hatte kurz gesehen, dass da irgendwas aufleuchtet. Und dann habe ich mir gedacht, oh komm, zieh einfach mal raus. Hat aber anscheinend geklappt. Äh, war es das jetzt schon wieder? Also ich nehme... Ich wusste es! Es konnte nur eine Falle sein. Es war ein viel zu offenes Feld. Aber was passiert, wenn wir jetzt durch diese Tür gehen? Dann kommen wir da drüben raus. Okay, also wäre die Taktik eigentlich gewesen... Oh nein, die Geister kommen! Dann warten, bis sie angekommen sind und dann auf die andere Seite. Haha, ich habe euch ausgetrickst. Und dann einfach den Stern schnappen. Dödem, 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 dödem. Diesmal haben wir es geschafft! Und vielleicht sogar beim ersten Mal. Ich meine, wir haben alle Geister besiegt, wir haben... Nein! Du kannst durch die Seiten des Episoden-Bandes-Blätter nehmen, die nur den Bildschirm des Touchpads... Gamepads berührst, verdammt! Berührst du den Rand einer einzelnen Seite, springst du direkt dorthin. Wissen wir schon. Verdammt! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir die Tippsteine nur viermal berühren dürfen. Es ist natürlich doof! Okay, wir müssen den hier aktivieren. Dann kommen wir da drüben raus. Dann müssen wir den aktivieren. Das ist schon der zweite. Ähm... Ja, und dann eigentlich drei, vier. Was anderes können wir nicht machen. Und so, ich wollte jetzt eigentlich gerade... Ich zeige gleich drauf. Stirb, Geist, Buhu. Du auch. Ich will nicht gestört werden, wenn ich das Bild gleich betrachte. Da, dieses Bild. Der Rabe. Wanted steht da, glaube ich, in... Ich weiß nicht, was für eine Sprache das sein soll. Hylianisch. Aber was Lustiges ist, wenn ich jetzt da drauf tippe... ...reiß ich's ab. Finde ich lustig. Ich weiß nicht, warum. Ich muss gar nicht. Ich muss da gar nicht oben durch. Fällt mir jetzt gerade mal so ganz spontan auf. Ich bin so doof. So, und hier hatte ich's gerade blinken und... ...so ein bisschen Schimmern hören. Also, dieses Glitzern hören. Also, dieses... Ihr hört das schon. Ihr wisst, was ich meine. Und dann hab ich mir gedacht, ja, komm, zieh einfach mal. Und dann war da tatsächlich da der Goldpilz. Und ausnahmsweise mussten wir den wirklich mal nicht einsammeln. Nein, nein, nein. Heute nicht. Verschwinde. Da-dum, 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 da-dum. Cap'n... Ich wollte eigentlich fragen, kommt der Buhu jetzt noch ins Bild? Aber, meh. Tippsteine nur viermal berührt. Super. Wir haben's geschafft. Und schon wieder so eine Postkarte. Gut, dann tippen wir einfach mal direkt dorthin. Hat geklappt. Münzrekord 260. Münzenwahn. Beautiful adventure! Okay, dann... Krieg ich heute... Doch, ich krieg'n Pilz. Ich dachte jetzt schon. Mist. Hätte ich nicht machen sollen. Okay, okay. Mist. 269. Ist besser. Ist besser. Ja, in der Tat. Aber ich sollte vielleicht warten, bis ich halt... Den einen Pau-Block wieder freigespielt hab. Na gut. Memo fürs nächste Mal. So, das war's dann jetzt aber auch wieder. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn's wieder heißt, Let's Play Captain Toad Treasure Tracker. Bis dahin, Leute. Und ciao, ciao. Bis dahin, Leute. Bis dahin, Leute. Bis dahin, Leute. Vielen Dank.